So, grüß Gott, hallo, also komm mal vor Krampus, schau mal da rein, jetzt schau mal her, junger Mann, schau, das hat er uns gelaufen, oh, danke, schön. So, grüß Gott, hallo, ich habe noch eine Kleinigkeit heute, das ist zwar kein Ritter, aber es ist so ein Stoke-Nikon aus, der ist ja... Wow, der vergisst Gold, das ist noch ein Dach-Kohle, schau mal. Vielen Dank.